Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Aszendenten. Herzlich Willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Ich habe diesmal wieder eine Verlosung, wie es genau geht und was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Schluss des Videos. Also bitte dranbleiben. Meine lieben Wagen, das wird ein Monat zum Verlieben. Venus und Mars in eurem Partnerhaus lassen die Liebesenergie nur so sprühen und glühen. Rund um den Valentinstag könnt ihr auf Wolke 7 schweben. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr schön und sehr prickelnd und sehr spannend aus für euch. Schauen wir uns erstmal den Erlebnis Hintergrund an, also die lange wirkenden Planeten. Weiterhin steht Glücksplanet Jupiter in eurem Zeichen, in eurem ersten Haus und diesen Monat spüren das ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 14. und 19. Oktober Geburtstag haben. Er versorgt euch mit jeder Menge guter Glücksenergie und wirklich, ich beobachte das bei vielen Vagegeborenen, dass sie einen sehr guten Lauf haben, beruflich sehr gut dastehen, viel zu tun haben oder auch in anderer Hinsicht Zuwachs haben, sich erweitern. Also das wirkt schon wirklich ganz schön stark für euch. Jetzt haben mir aber auch schon einige geschrieben, ja, aber was ist da los und so einfach ist es ja nun auch nicht. Das stimmt natürlich, weil ihr eben auch Pluto in Spannung auf eure Sonne stehen habt. Der steht für die Wagen hier im Steinbock im vierten Haus und wirft eben einen Spannungsaspekt auf die Waagesonne und das ist sozusagen der Wermutstropfen. Also während gleichzeitig die guten Sachen reinkommen, haben viele Wagen eben doch auch mit Rückschlägen zu tun, die sich häufig auch auf die Familie beziehen, wo es also zu Entwicklungen kommen kann, die die Wagen jetzt sehr fordern. Sei es, dass alte Familiengeheimnisse hochkommen, das wäre so typisch Pluto, die einen fordern. Aber es gibt auch andere Dinge, die jetzt passieren können und die dann einfach auch eine Schneise ins Leben schlagen oder wo man sich dann plötzlich darauf einstellen muss. Kann auch die Sorge um Familienangehörigen sein oder das Ableben eines Familienangehörigen. Das sind eben alles diese Pluto-Themen. Aber das ändert nichts daran, dass ihr ein Strom von Glück und guten Gelegenheiten durch Jupiter bekommt. Das ändert daran nichts. Es kann nur eben sein, dass gleichzeitig diese Einflüsse auf euch einwirken. Und den Einfluss von Pluto spüren diesen Monat ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 10. und dem 14. Oktober Geburtstag haben. Genau, aber natürlich auch, wenn ihr andere Planeten in der Waage habt, können die davon auch betroffen sein. Dann habt ihr ja eben im Partnerhaus, auch schon seit längerer Zeit, den Uranus stehen. Und der bringt natürlich sehr viel Prickeln, sehr viel Aufregung, sehr viel überraschende Begegnungen eben in euer Beziehungs- und Begegnungsleben. Hat für so manche Waage auch den Wunsch nach einer Trennung gebracht, muss man auch sagen. Vor allen Dingen, wenn die Beziehung eben auch so ein bisschen überholt war. Aber manchmal ist es auch gut, sich dann nur mal auf Zeit zu trennen, um dann festzustellen, dass man sich eben doch vermisst. Weil einfach der Wunsch nach etwas Neuem da ist. Und je mehr man aber in der Beziehung gut zusammenhält und auch Krisen gemeinsam bewältigt, desto mehr kann das diese Energie dann auch ausgleichen. Auf jeden Fall verlangt Uranus, dass da was Neues passiert, dass man aus ausgetretenen Faden ausgeht und bringt eben auch viele neue Begegnungen. Und das spüren diesen Monat ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 13. und 18. Oktober Geburtstag haben. Günstigerweise steht Stabilitätsplanet Saturn auch gut für euch, sowohl hier zu den beiden Planeten, die hier für die Aufregung sorgen, als auch zur Waage, sondern der steht nämlich im Sextil dazu und bringt also trotz aller Aufregung auch eine gewisse Stabilität rein. Und das werdet ihr eben daran spüren, dass selbst wenn es hier zu Umbrüchen kommt und Aufregungen, dass gute Beziehungen halten und daran sogar noch weiter wachsen und dass neue Beziehungen vielleicht eben auch die Chance haben, sich zu etwas Längerem zu entwickeln. Und dieses Sextil zu Saturn spüren die Geburtstagskinder, die zwischen dem 16. und 22. Oktober Geburtstag haben. Und ihr merkt schon, da sind ja einige Überschneidungen. Also einige Geburtstagskinder bekommen alle drei Einflüsse gleichzeitig. Also Aufregung, Glück und Stabilität. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Genau. Und wie gesagt, das Quadrat Pluto habe ich ja schon erwähnt, was eben einfach die Herausforderung bei dem Ganzen darstellt. Kommen wir jetzt zu den guten Nachrichten, nämlich den aufregenden Konstellationen für den Februar. Der Februar, das Thema für den Februar wird vorgegeben vom Neumond Ende Januar. Der war am 28.01. und spielte bei euch im fünften Haus der Lebensfreude. Also es geht tatsächlich um Lebensfreude, Romantik, guten Sex zu haben und vielleicht auch was Neues einzulassen, kreativ zu sein und das Leben ein bisschen von der spielerischen und leichten Seite zu nehmen und dem Ganzen viel Schönes abzugewinnen. Das ist also das Thema für euch und dazu passen eben auch die Konstellationen. Die Sonne steht ja dann auch erstmal noch weiterhin für euch im fünften Haus und jetzt geht's los. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen nämlich bei euch dann im Begegnungshaus erst der Mars den ganzen Monat über und dann kommt die Venus dazu am dritten Februar und ab dann habt ihr eben beides bei euch im Begegnungshaus. Und das bedeutet einfach auch ganz konkret sowohl der knackige junge Liebhaber als auch die knackige junge Geliebte, also sowohl für vage Männer als auch für vage Frauen ein sehr großes Potenzial, jemand Tolles kennenzulernen. Bisschen Gefahr eben für diejenigen, die schon fest liiert sind, weil die natürlich auch neue tolle Leute kennenlernen und weil der Uranus dabei steht, vielleicht auch so einen Druck verspüren, so einen Drang, auch nochmal was Neues auszuprobieren. Aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt, da rate ich eben einfach zur Vorsicht, weil bestehende Beziehungen, wenn sie gut sind, sollte man nicht der Gefahr aussetzen. Übrigens können diese Begegnungen wirklich auch geschäftlicher Natur sein, die können einfach auch freundschaftlicher Natur sein und einfach ein bisschen Spaß bringen. Man muss ja nicht immer gleich in der Affäre ausatmen. Aber die Singles, für die kann es eben sehr wohl in der Affäre ausatmen, das wollen die ja auch. Das ist also super schön für euch und dann habt ihr gleich hier einen Top-Tag am 5., wenn dann der Mond auch noch in gutem Aspekt zu diesen ganzen Planeten steht und alles wiederum in gutem Aspekt zu eurer Waagesonne. Das ist ein besonders schöner Tag für euch, ist ein Sonntag. Dann ist wichtig zu wissen, dass ab dem 6. und für den Rest des Monats Jupiter rückläufig wird bei euch im ersten Haus. Das heißt, da ändert sich die Energie. Es kann also sein, ist in diesem ganzen Vorwärtsschwung, den ihr habt, dass das scheinbar zum Stillstand kommt oder dass es sich ändert, dass die Bewegungsrichtung sich ändert und dann seid ihr eben gefordert zu gucken, wozu ist es gut, wie reagiere ich da drauf und selbst wenn ihr das Gefühl habt, dass man euch etwas wieder wegnimmt, was ihr erst bekommen hattet, wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass es einen tieferen Sinn hatte und am Ende bekommt man etwas noch Besseres. So ist das mit Jupiter. Erstmal geht es wieder zurück und dann sieht man aber ein, dass es gut so war, wie es dann war. Und weil es aber bei euch im ersten Haus spielt, in eurem Zeichen, werdet ihr es vielleicht besonders deutlich spüren einfach. Werdet ihr es einfach merken. Es ist wie, als wenn der Wind wechseln würde. Er weht auf einmal aus einer anderen Richtung, aber keine Panik. Im Endeffekt wird es ein Happy End geben. Genau. Dann geht der Merkur auch noch bei euch ins fünfte Haus. Ab dem siebten auch sehr schön. Also auch, das ist dann auch ein kreatives Denken, verspieltes Denken und bringt euch also sicherlich auch in jeder Hinsicht nach vorne, weil man einfach immer gut ist, auch beruflich gut ist, wenn man kreativ denkt. Genau. So. Dann ein Top-Tag für euch ist der zehnte. Wenn der Mond in den Löwen geht, steht er auch wieder sehr gut zur Waagesonne und ihr habt allgemein gute Aspekte auf eure Sonne und ist auch gut für Freundschaften. Und dann kommt ja der Vollmond, der steht für euch auch sehr interessant. Zeige ich euch jetzt mal. Diese Konstellation steht super für euch, denn sie betont zum einen die Beziehungsachse und zum anderen die Freundschafts- und Kreativitätsachse. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Konstellation, die dann eben den Monat auch so ein bisschen dominiert. Geht eben los mit dem Neumond, denkt über eure Lebensfreude nach und dann wird sich dann voll entfalten um den Vollmond rum. Ihr werdet sehen, was ihr tun könnt. Sei es, dass es über die Partnerschaft kommt, über eine neue Begegnung, über eure eigenen Ideen, über eure eigene Ausstrahlung oder eben über einen Impuls aus eurem Freundeskreis oder falls ihr euch engagiert, vielleicht auch von der Gruppe, in der ihr euch engagiert. Also diese Impulse laufen hier rundherum und selbst wenn innen drin eine große Spannung ist, diese Spannung, die im Vollmond drin steckt in diesem Monat, die lässt sich gut nach außen vernünftig manifestieren. Und in eurem Fall eben entweder in einem kreativen Projekt oder in einem Liebesprojekt, in einem Beziehungsprojekt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Könnt ihr euch drauf freuen. So. Dann habt ihr am Valentinstag selber auch einen Top-Tag. Den zeige ich euch jetzt. Das ist dann der 14. Denn da steht der Mond in der Waage. Sag ich ja immer wieder, Mond in der Waage ist für alle gut. Deswegen ist sowieso ein super Valentinstag für euch natürlich nochmal schön, weil das einfach nochmal die ganze kosmische Energie in euer Zeichen lenkt und nochmal Begegnung und Beziehung, Liebe und Partnerschaft ganz deutlich betont. Deswegen also unternehmt da was. Verwöhnt entweder euren Schatz oder lasst euch verwöhnen. Stellt euch sozusagen in den guten kosmischen Glücksstrom, damit ihr davon auch was abkriegt. Auch der Mittwoch ist dann noch ein Top-Tag. Der 15. ist der Mond immer noch in der Waage. Sogar in einer genauen Konjunktion mit Jupiter. Also das dürfte euch auch noch sehr gut gefallen. Dann haben wir den wichtigen Übergang von der Sonne, die dieses Jahr schon am 18. in die Fische geht. Und die geht dann für euch ins Haus des Jobs. Das heißt ab dann, es sei denn ihr feiert jetzt Karneval und nehmt euch dann frei, aber ab dann geht eine starke Energie für die nächsten vier Wochen in euren Arbeitsbereich, Alltagsbereich. Und das heißt also, ihr solltet wirklich die ersten zwei bis drei Wochen des Februars für die Liebe in allen Facetten ausnutzen. Und dann kommt diese kritische Zeit, wenn der Mars in hier in die Konjunktion mit dem Uranus läuft und das Ganze in diesem aggressiven Quadrat hier zu Pluto. Das könnte für euch auch ein bisschen unangenehm werden, weil es eben direkt hier mit eurem Zeichen auch verbunden ist mit der Waagesonne hier im Partnerhaus. Sei es also hier, dass der Mars, dass da vielleicht jemand irgendwie dazwischen geht oder dass vielleicht sich rausstellt, dass euer neuer Flirt da doch noch jemand anders hatte. Das ist auch so eine Eifersüchtigkeitskonstellation. Ja, vielleicht meldet sich ein eifersüchtiger Ex-Partner eurer neuen Flamme, wenn ihr euch neu verliebt habt. Das ist denkbar. Es ist leider auch denkbar, dass ihr euch vielleicht aus einer Laune heraus in Streit verwickeln lasst. Aber zum Glück steht ja eben auch die Venus dabei. Also auch für euch gilt, wie auch für die anderen Kardinalzeichen, habe ich bei mir in Steinbecken auch schon gesagt, Liebe und Versöhnung über den Sex ist da ganz gut möglich. Wenn ihr spürt, dass Adrenalin steigt, dann kann man sich eben einfach überlegen, ob man nicht einfach sagt, du bist so süß, wenn du dich aufregst, anstatt dann wirklich weiter in so einen wütenden Zorn zu gehen. Ja, wirklich ein bisschen schwierig ist dann der 22. selber, wenn der Mond das dann auch noch aktiviert, weil der Mond ja auch dazu führt, dass man Dinge persönlich nimmt. Aber wenn er wieder rausläuft und dann am 24. auch in den Wassermann läuft, dann fällt das schon viel leichter, eben eventuell sich aufbauende Spannungen über eine gute Runde Sex abzubauen. Aber natürlich bitte auch persönlich. Also nicht, dass man dann den Partner nur benutzt, sondern dass man es dann auch so meint, dass man dann eben wirklich auch auf den anderen eingeht dabei. Das ist dann wichtig. Und dann haben wir ja am 26. diesen Neumond, der als Sonnenfinsternis daherkommt. Und der spielt sich bei euch ab im Haus der Arbeit. Ist in so einer des Quinkungs zur Wagesonne. Also ein Aspekt, wo es darum geht, sich anzupassen. Da kann es also schon sein, dass sich Dinge ergeben haben, wo ihr vielleicht merkt, hey, das kriege ich so nicht hin. Da muss ich jetzt was ändern, damit es dann wieder passt. Aber darin seid ihr ja eigentlich gut. Ihr seid ja auch gute Strategen. Also ihr erkennt ja auch, wo es manchmal vielleicht nötig ist, zurückzustecken oder was zu ändern, damit es dann wieder passt. Das müsstet ihr eigentlich gut hinkriegen. Kann auch sein, dass es darum eure Gesundheit geht. Auf jeden Fall setzt dieser Neumond dann für euch für die nächsten vier Wochen das Thema Arbeit, Alltag, Gesundheit und vielleicht eben auch Anpassungsleistungen, dass man mit Jupiter eventuell von irgendeinem hohen Ross auch mal runterkommt und sagt, okay, ich muss ja auch mal auf den Teppich kommen und sehen, dass das hier alles realistisch bleibt. Das kann auch noch mitgefordert sein. Müsst ihr eben mal schauen, wie sich das für euch auswirkt, während es hier eben weiterhin in eurem Partnerschafts- und Begegnungshaus sehr, sehr heiß zugeht und ihr möglicherweise auch zu denen, die wirklich aufpassen müssen, dass ihr nicht Leuten begegnet, die dann wirklich auch je zornig sind. Weil Mars ist immerhin in eurem Partnerhaus. Also Mars ist eben auch jemand, der auch schon mal mit der Faust zuschlägt und gerade auch, wenn er im Widder steht. Also haltet euch dann am besten auch fern von Leuten, von denen ihr wisst, dass sie gerne ausflippen, sondern geht dann mehr in die Bereiche und umgebt euch mit den Menschen, wo ihr euch sicher fühlt. Okay, meine lieben Wagen, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr natürlich im März-Horoskop. Und jetzt zur Verlosung. Wie funktioniert es diesmal? Ich verlose wieder eine Kurzberatung, 15 Minuten mit mir, gerne auch mit dem Horoskop eines Partners, wenn es euch interessiert. Und dafür würde ich mir wünschen, dass ihr meinen Kanal abonniert und mir eine nette Nachricht hinterlässt in der Community. Ja, also alle, die mir da was Nettes reinschreiben in den nächsten vier Wochen und auch meine Abonnenten sind, unter denen wird das Horoskop verlost. Falls ihr sonst noch Hilfe braucht, ein Horoskop für euch persönlich, bin ich natürlich für euch da. Wie das geht mit der Beratung, findet ihr alles auf meiner Webseite. Oder ihr schaut mal bei Antonias Sterne rein. Am 3. Februar habe ich wieder ein Webinar. Vielleicht macht euch das ja auch Freude. Jetzt wünsche ich euch erst mal prickelnde Zeiten mit den Liebessternen im Februar. Ich rufe ihn, Number 5. Buch Buch Buch